Die Marktgemeinde Purkstall und Radio Arabella präsentieren Das Marktfest im Purkstall mit Bauernmarkt und die Extreme Power Days in Purk-Extreme-Ultrawerfer-Fünfkampf Wasser! Die Blüten machen ja fertig, da abdrehen, oder? Ja? Ja? Dann wird das kleine Wendrät, oder? Ah! 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 Seht's, gut! Ah! Ja! Ah! 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 Ja! Ça ja, Dressy! Ach! Drágo, vas es! Dregült! Oh! 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 Oko! Oh! Schön. Acht, sechs und neunzig. Uaaah. Hau,izada fülle. Puh! Bist du, neunzig, neunzig, neunzig. Tum, neunzig, neunzig. Eine Pferd, eine Pferd, eine Pferd. Mir ist ja gut. Na, der Pferd, der Pferd. Er sucht noch einmal einen guten Lumpen. Wir freuen uns auf die Uhr von Schmitz und Markus. Wir freuen uns auf die Uhr von Schmitz. Wir freuen uns auf die Uhr von Schmitz. Wir freuen uns auf die Uhr von Schmitz. Wenn er 56 Jahre alt sieht man ihn nicht an, macht das auch erst seit einem Jahr. Mit Begeisterung ist er dabei. Wir freuen uns auf die Uhr von Schmitz. 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 Der fährt 799 Meter. Da ist der 1.79 Meter. Ja, der tut sogar wie wenn das ein Zaunstocher wäre. Sieht nicht einmal an, dass das für einem das Schönste ist. Jawohl, Robert Robert. Das schaut gut aus. Robbie from Hungary. 3,95 Meter. Der nächste Terminärmeister Schmitzermanklis von dem Österreich. Franklis, drück ein. Ja, okay. Der Versuch, 25 Kilogramm Schiller-Martin von dem Österreich. Jawohl, das war ein toller Versuch jetzt. Applaus, meine Damen und Herren, das war stark. 5,26 Meter. So, Stamminger, Georg, geht's denn? Jawohl, jetzt hat er getroffen. Super, Georg. Also, das ist, glaube ich, die Bestweite. Gratulation. 5,50 Meter, somit für der Lokalmatador. Georg Schamminger, neue persönliche Bestleistung, unglaublich. Wahnsinn. Und natürlich, österreichischer Rekord ist ganz klar. 2,50 Meter, die Bestleistung, unglaublich. Ja, legalität. Ja, da kriegen wir das Kuchen noch. Ja, ich könnte es einfach mal wieder führen, wenn es sich noch besser geht. Jetzt werden wir im zweiten Versuch. Ja, und da fährt man auch. Hops! Jawohl, das schaut gut aus. In der Sinne ist man gar nicht so aus Triegerland. Ja, ihr wisst, von daheim gerutscht.